Hallo, liebe Lernenden! Lassen Sie uns mal innehalten in der hektischen Zeit. Lassen Sie uns etwas nachdenken und Ruhe finden. Genehmigen Sie sich einen guten Tropfen, ziehen Sie sich etwas ganz Bequemes an oder auch etwas sehr Elegantes. Sie sehen, ich habe mich heute für etwas sehr Elegantes entschieden und hören Sie einfach zu, wenn ich Ihnen Dinge aus der großen weiten Welt erkläre. Heute das Thema modernes Management. Es waren einmal sieben Zwerge. Die lebten hinter den sieben Bergen. Tag für Tag suchten sie im Bergwerk nach Gold. Jeder war rechtschaffen, fleißig und achtete den anderen. Wenn einer von ihnen müde wurde, so ruhte er, ohne dass die anderen erzürnten. Und wenn es einem von ihnen etwas mangelte, so gaben die anderen bereitwillig und gerne. Am Abend saßen sie einträchtig am Tisch, aßen ihr Brot und gingen zu Bett. Am siebten Tag ruten sie. Doch eines Tages meinte einer von ihnen, dass sie so recht nicht wüssten, wie viel Gold sie aus dem Bergwerk schafften. Und er fing an, die Goldklumpen zu zählen, die sie Tag für Tag aus dem Bergwerk schleppten. Und weil er so mit dem Zählen beschäftigt war, schufteten die anderen für ihn mit. Bald nahm ihn seine Arbeit derart in Anspruch, dass er nur noch zählte und die Hacke für immer beiseite legte. Nach einer Zeit hob ein Murren an unter den Freunden, die mit Argwohn auf das Treiben des Siebten schauten. Dieser verteidigte sich, das Zählen sei schließlich unerlässlich. So sie denn wissen wollten, welche Leistung sie vollbracht hatten und begann, den anderen in allen Einzelheiten davon zu erzählen. Und weil er nicht erzählen konnte, während die anderen hackten und hämmerten, so legten sie alle ihre Schaufeln beiseite und saßen am Tisch zusammen. Und so entstand das erste Meeting. Die anderen Zwerge sahen das feine Papier und die Symbole, aber sie schüttelten die Köpfe, weil sie es nicht verstanden. Es dauerte nicht lange und der Controller, so nannte er sich fortan, forderte, die Zwerge, die da Tag aus, Tag ein schufteten, mögen ihm ihre Arbeit auch beweisen, indem sie ihm Zeugnis auf Papier ablegten über die Menge des Goldes, das sie aus dem Berg holten. Und weil er nicht verstehen konnte, warum die Menge schwankte, berief er einen unter ihnen, die anderen zu führen, damit der Lohn auch gleichmäßig ausfiele. Dieser Führer nannte sich Manager und legte seine Schaufel nieder. Nach kurzer Zeit arbeiteten also nur noch fünf von ihnen. Allerdings mit der Auflage, die Arbeit aller sieben Zwerge zu erledigen. Die Stimmung unter den Zwergen sank, aber was sollten sie tun? Als der Manager von ihrem Weg klagen hörte, dachte er lange und angestrengt nach und erfand die Teamarbeit. So sollte jeder von ihnen gemäß seiner Talente nur noch einen Teil der Arbeit erledigen und sich spezialisieren. Aber ach, das Tagewerk wurde nicht leichter und wenn einer von ihnen krank wurde, wussten die anderen weder ein noch aus, weil sie die Arbeit des Nächsten nicht kannten. Als der Manager sah, dass es so schlecht bestellt war um seine Kollegen, bestellte er einen unter ihnen zum Gruppenführer, damit er die anderen ermutige. So musste der Manager nicht mehr seine warme Kammer verlassen und konnte mit dem Gruppenführer gemeinsam Besprechungen abhalten. Der Gruppenführer, der nunmehr den Takt angab, legte ebenfalls seine Schaufel nieder und traf sich mit dem Manager immer öfter und öfter zu Meetings. So arbeiteten nur noch vier. Die Stimmung sank und alsbald auch die Fördermenge des Goldes. Als die Zwerge wütend an die Bürotür des Managers traten, versprach er Abhilfe und organisierte eine kleine Fahrt mit dem Karn, damit sich die Zwerge zerstreuten. Damit aber die Menge des Goldes nicht nachließ, fand die Fahrt am Wochenende statt. Und damit die Fahrt als Geschäftsreise abgesetzt werden konnte, hielt der Manager einen langen Vortrag, den er in fremdartige Worte kleidete. Eines Tages kam es nun zum Streit. Die Zwerge warfen ihre Schaufeln hin und stampften mit ihren Füßen und ballten ihre Fäuste. Der Manager erschrak und versprach den Zwergen, neue Kollegen anzuwerben, die ihnen helfen sollten. Also kamen neue Zwerge, die fremd waren und nicht in die kleine Gemeinde passten. Und weil sie anders waren, musste auch für diese ein Führer her, der dem Manager berichtete. So arbeiteten nur noch drei von ihnen. Weil jeder von ihnen die Arbeit auf eine andere Art erledigte und weil zwei verschiedene Gruppen von Arbeitern zwei verschiedene Abteilungen nötig werden ließen, die sich untereinander nichts mehr schenkten, begann unter den strengen Augen des Controllers bald ein reger Handel unter ihnen. Und so wurden die Kostenstellen geboren. Jeder sah voll Misstrauen auf die Leistungen des anderen. So war ein Knurren unter ihnen, das stärker und stärker wurde. Die zwei Zwerge, die noch arbeiteten, erbrachten ihr Tagewerk mehr schlecht als recht. Als sich der Manager und der Controller ratlos zeigten, beauftragten sie schließlich einen Unternehmensberater. Der lief ohne die geringste Ahnung hochnäsig durch das Werk und erklärte den Managern, der Grund für die schlechte Leistung läge darin, dass die Zwerge ihre Schaufeln falsch hielten. Dann kassierte er eine ganze Karre Gold und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Währenddessen stellte der Controller fest, dass die externen Mitarbeiter Mehrkosten verursachten als Gewinn einbrachten und überdies die Auslastung der internen Zwerge dramatisch sank. Schließlich entließ er sie. So arbeitete nur noch ein Zwerg in den Minen. Der lernte in seiner kargen Freizeit das Schneeflittchen kennen, die ganz in der Nähe ihre Dienste anbot. Bei ihr holte er sich eine schlimme Krankheit, an der er alsbald verstarb. Die Firma ging pleite, die Manager und Gruppenführer und Controller aber fanden sich gegenseitig mit großzügigen Summen ab und verdrückten sich, um der Anklage wegen Untreue zu entgehen, ins Ausland. Dort fanden sie eine Gruppe von Zwergen, die gerne wissen wollten, wie viel sie denn am Tag schafften. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann managen sie noch heute. Oder was andereinated sie? Android slapped klick hab onde ologne v es Bis zum nächsten Mal.